Eins nach dem anderen. Wir bauen uns jetzt eine Armee auf. Armee aufstellen. Aus. Ich will die Jan-Wai. Lehnt Korruption ab. Der von euch ernannte General hat eine neue Armee aufgestellt. Will ich Zau-Ren auch noch dabei haben? Was er ermöglicht an Formationen. Guck dir das mal an. Er ermöglicht ja alles. Ja, dann würde ich ihn noch mit dazu nehmen. Die Armee lösen wir dann auch wieder auf, ist klar. Aber jetzt aktuell brauchen wir das auf jeden Fall. Guter Sturmangriff. Ich würde ihm erstmal noch Pferde geben. Tiger-Junge. Vielleicht legt noch mehr von denen. Die Armee wird wieder aufgelöst. Auf jeden Fall. Das ist jetzt nur, um unser Land zu verteidigen. Bogenschützen. Und jetzt warten wir ab. Berichtete Armee. Die wurden aufgestellt, die Truppen. Ja, generell wurden ernannt. Aufträge. Lady Bianne. Mehr Einkommen aus Landwirtschaft. Zuweisen. So. Und dann muss ich jetzt irgendwie durchhalten. Ansonsten bin ich ganz happy, dass ich nicht laden darf. Die sind absolut happy hier unten. Kann ich mit ihm nicht irgendwie Frieden schließen? Ich meine, ich habe ihm jetzt fett eine mitgegeben. Was wirst du für Frieden? Minus 13,6. Du bist doch... Ich habe jetzt eine Armee aufgestellt, die werde ich auch nutzen. Wir beenden die Runde. Und wie lange kann ich das so nicht spielen? Ich muss die... Wir können dann unsere Truppen abziehen und die Siedlung geht ohne einen Kampf an den Feind. Nein. Wir haben ein Problem. Wir haben ein ganz großes Problem. Meine zweite Armee, die ich gerade aufgestellt habe, ist nicht schnell genug da. Das Glück ist uns gesonnen. Nutzen wir es. Meine Armee ist nicht schnell genug da. Wir müssen das jetzt nochmal so durchhalten. Und mein General ist nicht dabei, weil er... Ah, er ist... Ah, nein. Wäre ich nicht so dumm gewesen, hätte ich bis zum Ende kämpfen lassen, wäre er jetzt auch wieder dabei gewesen in dieser Schlacht. Und hätte für uns gekämpft. Ohne Probleme. Wir müssen jetzt mit zwei Generellen und einer relativ ausgeglichenen Armee klarkommen. Das benötigt jetzt wieder einer außerordentlichen Taktik. Aber ich... Ja, nee, ich... Ich habe gerade echt ein bisschen Angst. Angst um meine Generalle, um Zauzau, um meine Stadt. Ich meine, er hat jetzt Trieböcke dieses Mal. Trieböcke sind ungeil. Yang Gang. Ist das sein Sohn? Ist das der Sohn von... Gangshungzan? Kann gut sein. Also. Unsere schöne Stadt hier. Dieses Mal greifen sie von der Seite an, die am stärksten befestigt ist eigentlich. Wenn ich das richtig sehe mit den meisten Türmen. Dieser Turm hier ist def... Oh, ist ja schön. Der ist defekt. Der ist beschädigt. Wundervoll. Das freut mich sehr. Wir halten diese Treppe. Wir halten diese Treppe. Dann halten wir diese Treppe. Und wir halten in diese Treppe. Das ist okay. Schön mittig positionieren, dass sie da schön stehen. So, dann sind das hier meine Nummer Einsen. Dann muss ich hier schauen, dass ich einmal den Kern natürlich verteidige, aber auch alles außenrum ein bisschen. Bogenschützen dieses Mal sofort mit in die Mitte. Da gibt es keine erste Welle. Das kann ich dieses Mal nicht machen. So, dann gehe ich hier. Und die stelle ich hier hin. Dann können wir die alle mal in die zwei packen. Und den hier packe ich hier hinten hin. Das wird auch mal eine gute Reichweite hier. Dann werden die Bogenschützen quasi komplett die Mitte halten, so gut es irgendwie geht. Die zwei noch. Dann die Schwertkämpfer versuchen ihr Bestes hier. Das sind die drei. Die sind auch noch relativ gut beisammen. Das heißt, die kommen hier hin. Dein PC ist gecrashed. Oh no. Wegen Total War, oder wie? Kann denn sowas passieren? Hier habe ich nochmal einen Kämpfer. Achso, der steht da hinten. Den würde ich dann hier hinsetzen. Wir müssen jetzt mehrere Verteidigungslinien bauen. Er verteidigt das Zentrum der Stadt. Die machen hier die erste Linie. Und die machen hier hinterher nochmal eine Linie. Dann haben wir die auf der vier. Die möchte ich mit in der drei haben. Das ist nur die Frage, wo habe ich die alle? Wo ist der dritte? Ah, der ist hier auf der Mauer. Okay. Ich würde die mal noch mit in dieses Zentrum rein platzieren. Nur für alle Fälle. Man weiß ja nie. So, und euch würde ich wieder als Reserve nutzen. Hier. Und hier. Das ist dann so die letzte Verteidigung. Auf der fünf und auf der sechs. Und die Pferde. Es sind wenige. Ich weiß, sie sind angeschlagen. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Die müssen jetzt kämpfen. Wir müssen alles nutzen, was wir haben. Ansonsten werden wir das nicht schaffen. Hier gibt es Feuer. Wenn ich das irgendwie kann. Hier darf ich Feuer machen. Hier auch. Und dann werde ich hier unten am Tor Anti-Kavallery versuchen, die aufzuhalten. So. Mein Torhaus ist auch kaputt. Also wir haben dieses Mal viel weniger Verteidigung als zuvor. Hier die ganzen Türmchen. Alles kaputt. Es schaut nicht gut aus. Ich sag's, wie es ist. Wir haben alles aufgestellt. Truppen sind alle platziert. Ich mach nochmal kurz Steuerung. Ah, ja. Ah, hier hinten kommen auch noch ein paar aus dem Wald. Achso, ich muss noch die Barrikaden bauen. Stimmt. Das noch. Also hier hinten ist essentiell, diese Barrikade. Dann müssen die hier schon mal außen rum. Dann würde ich hier machen. Dann können die noch komplett außen rum marschieren. Von da hinten wird eh keiner direkt kommen. Deswegen würde ich noch zwei kann ich noch machen. Wenn ich hier und hier abschließe, dann können die nur hier vorne durch. Also rein theoretisch müsste ich die dann hier noch hin platzieren und so halten lassen. Wir kriegen das irgendwie hin. Bestimmt. Finde ich guter Dinge. Oh Gott, ey. Möge es beginnen. Pferde rein da. Da hinten kommen die. Meine Pferde, so sehr sie angeschlagen sind, reiten jetzt hinaus in die Schlacht. Da kommen sie. Die Toren wurden geöffnet. Beim Hauptstadt einnehmen ist ein Spiel gecrashed. Oh, das ist natürlich übel. Lauft. Rein da jetzt. Wofür warten die denn? Los, 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 los. Die Tore werden angegriffen. Oh, shit, man. Unangenehm, unangenehm. Die haben eine riesen Armee. Das ist wichtig. Schon mal wieder ein paar wegräumen. Ihr geht auf die Burg, Schützen. Kommt schon. Gebt Vollgas. Das Tor wurde wieder geschlossen und die Pferde kämpfen jetzt bis zum Tod. Die müssen das aufhalten. Nehmt zu viele mit, wie ihr könnt. Oh, shit. 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 Die stehen hier in Pfeilformation, in Keilformation. Kommt schon. Die kommen schon rein, oder was? Und die Stadt brennt, weil die mit Katapulten schießen. Das ist halt extrem ehrenlos mit den Katapulten. Oh, ich versuche es. Ich kriege die aber nicht. Die Katapulte hätte ich gerne angegriffen, aber die sind... Sie sind auf den Mauern. Ich probiere es. Ich muss die Katapulte wegräumen eigentlich. Trepeche. Die Pferde kommen nicht durch. Die kommen vielleicht durch. Mal gucken. Da befinde ich denen lieber hier auf die Schwerter zu gehen. Oder hier auf die. Hauptsache, die machen irgendwas. Die werden von den Pferden hier aufgehalten. Unser Turm ist zerstört. Ah, es wird kritisch werden. Es ist echt nicht gut gerade. Das Tor ist durchbrochen. Mir geht das auf die... Kommt schon, auf die Säbel. Pferde gegen Säbel ist okay. Und ich bin angekommen. Ich habe es geschafft. Kommt, führte so viele wie ihr könnt. Macht die weg. Wenn keiner mehr die Teile bedienen kann, dann... ist es optimal. Bitte. Nein, der General verteidigt die. Dann haben wir das wohl nicht geschafft. Wie geht denn die? Wenn es irgendwie funktioniert. Ich habe schon größere Leistungen von Kindern gesehen. Was sagt der? Glaube ich aber nicht. Unsere Männer fliehen. Der Wald brennt. Er zündet seine eigenen Leute an. Okay, die Katapulte sind damit schon mal weg. Es ist aber immer noch nicht geschafft. Die sind auf den Mauern. Meine letzten zwei Pferde hier von der kaiserlichen Tiger-Infantation. Leute, die kämpfen noch. Cavallerie, sorry. Ja, die versuchen noch alles. Aber die werden es nicht schaffen. Zwei Männer. Da musst du dir mal denken, was die für einen Wert haben. Wenn die dann auch tapfer weiterkämpfen. Und nicht aufgeben. Die dienen bis zum Tod. Jetzt werden sie es aber leider nicht mehr schaffen. Der eine ist gestorben. Der letzte kämpft. Und der ist geschrauben. Ruhe in Frieden. Jetzt muss der Rest der Verteidigung halten. Hier brennt die Stadt. Und ich nutze meine Ölfalle, wenn die... Wo laufen die hin? Verstehe ich nicht ganz. Wo wollen die hin? Fürchtet man euch oder eure Pferde? Macht das einen Unterschied! Also da, wo die jetzt hinlaufen, verstehe ich irgendwie nicht. Vielleicht das Tor, wann sie öffnet. Das könnte ich noch nachvollziehen. Die Kavallerie, die dir reinreitet, die wird auf jeden Fall gleich mal dick fallen. Dank diesen Stacheln. Komm schon. So weit ihr rein geht, so nicht das Feuer an das Öl. Sie erklimmen die Mauern! Oh, es sind so viele, ne? Viel zu viele. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo lauft ihr hin? Sehen die das Öl? Haben die da keinen Bock drauf? Können wir uns verstehen. Jetzt, Feuer, 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 Feuer. Los, 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 zun an, zun an, zun an, zun an. Los! Unser Ton wurde zerstört! Und jetzt wieder zurück. Brennt. Ihr sollt brennen. Wir erobern einmal rundherum alles. Es ist wirklich nicht gut gerade hier, ne? Pferde fliehen. Da ist eine komplette Kavallerieeinheit in der Stadt. Das ist mehr als nur ungesund. Komm schon, ich hoffe, dass die hier rüber marschieren, dann zünd ich das an und die haben auch ein Problem. Die sind dieses Mal schon viel stärker als gerade. Das ist ein Riesenproblem. Die kommen. Okay, Männer, macht euch bereit. Gleich feuern. Warten. Erstmal machen wir hier noch Stacheln hin. Ihr macht hier auch noch Stacheln hin. Warten wir noch kurz. Was ist der nächste Zug? Jetzt. Feuer, 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 Feuer. Ihr könnt schon mal anzünden und dann zieht ihr euch wieder ein bisschen zurück. Und selbst wenn ihr uns eine Zeit kauft, das ist auch okay. Zeit wäre auch wichtig. Das ist halt sehr, sehr unangenehm gerade. Die laufen nicht ins Feuer. Warum? Warum nicht? Da flieht jemand. Da hinten kommen sie. Kavalerie. Er lässt sich aus irgendeinem Grund einfach abschießen. Ist so in Ordnung. Kann ich mit leben? Unsere Stadt liegt in Trümmern. Also selbst wenn wir diese Schlacht irgendwie gewinnen, es wird ewig dauern, das wieder aufzubauen. Wir müssen das irgendwie halten jetzt. Achtung! Ist auch schlecht! Bereit machen! Wacht mit euch! Meine Genereile sind halt auch angehittet, ne? Die sind nicht mehr full life. Ihr dreht euch auch um. Ich kann nicht, ihr. Ihr dreht euch um. Wir müssen Schaden machen, so viel geht. Das ist schlecht, das ist schlecht. Bobenschützen drehen sich um, feuern nach da hinten. Ihr feuert weiter. Kämpft gegen den. Ja, nicht durch den General. Ich mache ihm gut Schaden. Komm schon. Oh. Die fliegen gleich. Hier haben wir noch ein paar Einheiten draußen. Gongsun-Sun ist auch wieder da. Wir machen ihm wirklich gut Schaden. Er uns aber leider auch. Wir können das irgendwie gewinnen. Die werfen hier Dinger rein. Komm schon. Mann, ne, ihr schafft das. Tötet den General. Die fliehen. Die wollen sich zurückziehen. Okay. Ihr geht da mit drauf. Und ganz ehrlich, ihr geht da auch mit drauf. Ich schicke die auch mit rein. Los, 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 los. Okay, da kommt die erste Einheit und greift uns frontal an. Wir werden das aber halten. Die General greift uns auch an. Alles reinschießen, was geht. Der General wird es nicht schaffen. Tian Kiyai wird laufen. Den haben wir. Da kommen wir. Ich mache hier mal noch die hin. Hier auch noch ein paar Krähenfüße. Hauptsache, wir verlangsamen die. Hier noch ein paar Krähenfüße. Wir feindlichen Krieger rennen. Damit wäre der Geschichte. Wir erobern gleich den Turm zurück. Er versucht sich noch ein bisschen zu stärken, aber... Ne, der ist durch. Der fliegt gleich. Hier wird gut standgehalten. Wenn nicht, dann drücken die nach. Die zwei. Die Bogenschützen machen auch noch gut Schaden. Es wird sehr, sehr knapp. Die ganze Stadt brennt. Ich kriege so zu vielen. Der feindliche General war uns nicht gewachsen. Haltet durch. Komm schon. Jetzt kommt so ein Zahn. Auf ihn. Auf ihn. Der eine General ist tot. Den haben wir. Jetzt vernichten wir den anderen. Jeder einzelne Schadenspunkt, den wir anrichten können, ist wichtig. Den Männern fehlt Munition. Sie können nicht feuern. Ihr könnt euch hier schon mal aufstellen, dass ihr das gleich haltet. Das ist die zweite Welle. Bogenschützen sind leer. Die können noch schießen. Es ist viel zu viel los. Die kommen wieder zurück. Oder schicke ich die da hin. Ne, ich schicke sie auf ihn. Ich muss ihm Schaden machen. Die Generaler können noch nicht wieder leveln. Du musst kämpfen. Aber er will nicht, oder? Doch. Es muss sein. Du schaffst das. Komm schon. Das Duell. Ein Duell unseres Generals. Du darfst jetzt auf keinen Fall verlieren. Das ist jetzt wichtig. Das ist entscheidend für die Schlacht. Oh mein Gott. Greif die an. Schaut noch ganz gut aus. Ich würde jetzt auch mal mit einem Großteil meiner Armee auf den General gehen. Da setze ich jetzt gerade mal alles drauf. Das mit einem Großteil mit allem. Die hier auch. Rauf da. Und auch die da rein. Das machen wir. Ich werde das nicht verlieren. Das Gefecht läuft gut. Komm schon. Es wird wieder knapp, aber er schafft es. Bitte. Der Linke ist unsere. Komm schon. Es ist so wichtig, dass du das gewinnst. Das glaubst du gar nicht. Mach jetzt keinen Scheiß. Er hat ihn, oder? Er hat ihn. Ja. Ich stärke meine Truppen. Gangschun-San selbst fällt auch gleich. Hier geht er auch noch drauf. Hier löst die Formation und geht da rüber. Und jetzt gehen alle auf ihn. Scheiß auf den, der wegläuft. Alles gut. Ihr kämpft gegen die. Und du gehst ins Ding. Du hast es gut gemacht. Du hast es sehr gut gemacht. Die Mitte hier. Es ist immer noch viel los in der Stadt, aber wir kommen gut voran. Das kann der nicht schaffen. Der fällt auch. Gangschun-San läuft. Da hinten. Meine Generäle fangen sich wieder. Kann sich jemand duellieren? Will keiner. So, er flieht. Seht, wie sie rennen. Zweige. Würde ich die hier mal aufstellen. Mit der Aufgabe, mich zu verteidigen. Das ist perfekt. Okay, hier hinten kommen auch noch welche, aber die werden gut beschossen. Der eine hat einen Pfeil abbekommen. Läuft einfach weiter. Es juckt ihn nicht. Ja, die Pfeilen. Die müssen hier ein bisschen durchhalten. Das wird schon. Die Moral sollte jetzt ziemlich niedrig sein vom Feind. Ja, die Leute weg. Das ist GG. Aber nur mit den Generellen. Die Schlacht selbst tobt noch. Haltet durch. Einfach durchhalten. Hier, du gehst jetzt auf Bogenschütze. Schieß mit deinem neuen Bogen. Zeig, dass du kannst. Er schießt ja wirklich zu einem Pfeil, ne? Allein. Okay, da kommt mir eine relativ große Armee auf uns zu. Ist aber in Ordnung. Das haben wir. Das schaffen wir. Die fliehen. Die brechen alle. Das ist immer noch die erste Linie, die da durchhält. Tapfer wie eh und je. Was passiert da gerade? Reine da. Die stelle ich vor. Und die stelle ich mal hier so auf, dass sie ein bisschen aus dem Weg gehen. Verstärkung ist da. Auf der Seite haben wir es auch geschafft durchzuhalten. Da hinten sind Feuerkarren. Es haben zwei überlebt. Okay, das ist gar nicht gut. Aber die sind noch weit genug weg. Alles in Ordnung. Diese Pferde hier müssen weg. Und die Burgen schützen da hinten. Es ist alles uncool. Greif doch an. Los. Warum habt ihr keine Lust anzugreifen? Los. Ja. Ja. Alles drauf da. Alles. Restlos. Die gesamte Stadt ist niedergebrannt. Zauzau geht da auch mit rein. Und er auch. Wir schaffen das. Die hier haben ein Problem mit den Türmchen. Das ist sehr gut. Aber was für ein Problem die haben. Und jetzt hat die Rückeroberung begonnen. Wir holen uns die Stadt zurück. Die Flammenwerfer. Die sollten eigentlich nicht zum Schuss kommen. Schlagzug. Ja doch. Die haben wir. Da sind noch welche mit Bogen. 29. Aber das ist eigentlich machbar. Dann würde ich jetzt hier auf die marschieren. Damit die nicht mehr die ganze Zeit schießen. Das ist die schlimmste Schlacht. Die wir bis jetzt glaube ich hatten. Die feindlichen Krieger rennen. Jetzt auf die hinteren. Kommt Zauzau. Wir haben es. Wir haben durchgehalten. Die Schlacht ist gewonnen. Mit massiven Verlusten. Und da gönne ich es jetzt auf Zauzau. Dass er arrogant wird. Ganz ehrlich. Mach was du willst. Das hast du dir verdient. Oh mein Gott. Danke Barry. Du bist ja immer noch besser. Ach. Unachtsame Herrschaft führt zu Verachtung, Ärger und zur Revolution. Ihr müsst die Kontrolle über euer Volk zurückgewinnen. Erst durch Unterwerfung, dann durch weise Führung. Der Feind ist vor den Toren. Es hätte nicht anders enden können. Seine Armee hält eure Truppen hinter den Verteidigungsmauern fest. Das könnt ihr nicht hinnehmen. Greifen sie die Mauern nicht an. Hungern sie euch aus. Ihr müsst sie gewaltsam abwehren. Eure Armee braucht Unterstützung. Sonst gehen alle zugrunde. Zwischen euch und eurem Feind tobt ein unerbittlicher Krieg. Tötet mich oder lasst mich frei. Ihr habt die Wahlen. Speererbstück hätte er, wenn wir ihn exekutieren. Freunde. Gongsunzang. Gongying. Feind. Gongsunzdu. 27 Jahre alt. Tapfer, gütig, ehrenhaft. Daoyun. Sie wollten unsere Stadt vernichten. Er ist gütig. Tapfer. Und ehrenhaft. Eigentlich würde ich sagen, wir richten ihn hin aus Rache dafür, dass sie uns angegriffen haben. Aber ich habe noch einen Plan mit dem Westen. Oder mit dem Norden. Je nachdem wie man es sieht. Ich sage jetzt mal, es ist der Westen. Weil für uns ist der eigentliche Osten, ist für uns der Norden. Weil wir halt die ganze Zeit so in die östliche Richtung schauen. Das ist... Weißt du schon, ne? Verstehst du? Genau. Wir werden ihn freilassen. Das ist in Ordnung. Auf das er sich daran erinnert. Lasst sie gehen. Sie sind unwichtig. Wir haben 2.555 Feinde getötet, dabei 1.973 Einheiten verloren. Wir haben die gleiche Menge eigentlich noch verbleibend. 1.963, die haben noch 1.734 verbleibend. Also auch noch eigentlich eine gute Menge. Ich würde sagen, wir verlangen ein Erlösegeld. Das ist nämlich eine ordentliche Menge Geld. Haben wir viele getötet? Also generell haben alle überlebt. Ich hoffe, das wissen die auch zu schätzen, dass ich den jetzt nicht hingerichtet habe. Was eine Schlacht. Er will wieder weglaufen. Johann Schauer zieht sich auch wieder zurück. Und rückt mit dem anderen doch weiter vor. Okay. Okay. Ein Duell. Nach gewonnener Schlacht macht unser General den feindlichen General ausfindig und fordert ihn zu einem Duell heraus. Alle schauen gebannt zu, wie die beiden Anführer gegeneinander kämpfen und ihr Bestes geben. Nach einem beeindruckenden Kampf, über den man noch jahrelang sprechen wird, geht unser General als Sieger hervor. Seng Song? Charakter verwundet Seng Song? Wer ist denn Seng Song? Wer ist das? Okay. Ehrenhaft? Aber wer bist du? Xiao Dun ist wieder bereit für den Dienst. Der hat sich erholt von seinen Verletzungen. Der Bau ist abgeschlossen worden. Okay. Ausländische Eindringling. Yan Liang. Aber der tut uns ja nichts. Wir haben ja Frieden. Die Belagerung wurde aufgehoben. Wir haben es geschafft, uns durchzusetzen. Die Stadt raucht. Ich meine, guck dir das mal an. Xiao Yuan ist jetzt Stufe 6. Hat er sich verdient. Rebellion. Ja, es ist gerade, ganz ehrlich, es tut mir leid, aber es ist mir gerade egal, dass da der Rebellion ist. Wir reparieren erstmal die Stadt. Wir müssen die Stadt reparieren. Zau-Zau darf sich jetzt erholen. Diese Armee hat es verdient, erstmal ein bisschen zu entspannen. Du kriegst ein Level ab. Klarheit. Oh, das ist cool. Mangel am Lidia verraten. Es dauert länger, bis Erschöpfung eintritt. Ausdauer. Das machen wir mal. Eine Krise ist eine Chance, die mit gefährlichen Winden segelt. Sehr gut. Anhänger hat er keinen. Wieso hast du denn keinen Anhänger? Was soll denn das? Kriegst du von mir aus Repräsentation? Um zwischen den Stämmen des Südens zu kommunizieren, benötigt es nicht eine, sondern viele Sprachen. Sehr gut. Dann gucken wir noch kurz bei ihm. Was da ist? Julian ist jetzt aber auch nicht mehr pisst auf uns. Weiß auch nicht. Weil er jetzt in der Armee ist, wahrscheinlich. Hier ist gerade eine Rebellion auferstanden. Wir haben hier noch unsere Truppen. Ich würde gerne einfach hinter denen herreiten und die einfach noch ein bisschen angreifen. Ich biete ihnen an. Es freut ihn. Die Einstellung müsste eigentlich positiv sein. Ehrenhafte Behandlung unserer Soldaten plus 26. Unsere Generäle freigelassen plus 19. Ich meine, das hat uns auf jeden Fall Bonuspunkte gebracht. Wir könnten hergehen und sagen, ich würde gerne Frieden mit dir schließen. Dafür gibt es einen Nicht-Angriffspakt. Da hat er keine Lust drauf. Dafür gibt es militärische... Hat er auch keine... Okay, dann nicht. Ich klicke es jetzt richtig auf die Schnauze. Aber ohne jede Gnade. Die Rebellion. China ist das Volk. Nicht seine tyrannischen Kriegsherren. Habe ich noch Pläne frei? Ich habe noch einen Plan frei. Okay, pass auf. Wir nehmen ihn jetzt. Was ist die Hauptarmee? Da ist er drin. Die ist sehr geschwächt. Die werden sowieso beide in die Schlacht ziehen dann. Aber dafür reiche ich mich, was die getan haben. Ich ziehe denen jetzt hinterher. Reckt euch immer Richtung Himmel. Die sind nämlich auch noch erschöpft jetzt. Ich darf nicht. Ich habe das erst benutzt. Das kommt mir gar nicht in den Sinn. In den Kampf! Warte mal. Wir haben eventuell eine Möglichkeit. Dissidenten in der Kommtorei unterdrücken. Die Menschen in dieser Stadt lehnen sich zunehmend auf, was in Zukunft zu einem Aufstand führen könnte. Wenn man das Garnition... Wenn man das Garnition... Wenn man das Garnition... Wenn man die Garnition in der Stadt verstärkt, kann man diese Auflehnung sicher ein Ende bereiten. Ja, Garnitionenstufe gestiegen. Kommtorei weit. Nachstufe Garnitionen. Öffentliche Ordnung. Mhm. Rebellionen benachbarte. Kommtorei anzetteln. Eure Nachbarn sind weder Freund noch Feind. Doch eines Tages... Achso, ja. Das mache ich mal nicht. Ich werde denen jetzt hier einfach das machen. Bestätigen. Okay. Ärgerlich, dass ich da jetzt nicht noch hinmarschieren kann. Ich würde die gerne bekämpfen. Die fliehen dann halt jetzt nach hinten und dann ist wieder alles vorbei. Wie lange dauert es, bis der Plan abgekühlt ist? Sechs Runden. Oh, das ist ärgerlich. Im Endeffekt müsste ich mit meiner Hauptarmee hinterher. Dann würde ich nämlich Unterstützung kriegen. Dann machen wir das jetzt. Ich jage die. Absolut nicht. Nicht ein Stückchen Gnade. So könnt ihr den Feind noch besser umzingeln, und in die Flucht jagen. Die sind alle nicht da, diese Generelle. Die sind auch verwundert. Aber das ist jetzt die Rache dafür, dass er meine Stadt angegriffen hat. Wir sind mit 4.000 Mann jetzt an der Front und er mit 1.200. Dem werden wir es jetzt zeigen. Wir sind ihm einfach hinterhergeritten. Gnadenlos werden wir es jetzt niederstrecken. Ich bin bereit, dann später auch gerne mit ihm Frieden zu schließen. Aber die sollen jetzt auf jeden Fall nochmal sehen, was passiert, wenn man mich angreift. Wenn wir dann nämlich locker handeln und sagen, ja, ist schon gut, passt schon, dann macht es der Nächste. Und dann der Nächste. Und irgendwann werden wir verlieren. Und dann ist es vorbei. Was ist denn das für eine Karte? Da hinten kommt Feindverstärkung. Und vor uns hier sind die feindlichen Positionen. Ich sehe es. Okay. Unsere Unterstützung kommt von dort hinten. Wir haben eine Kavallerie. Ich würde die einfach stürmen. Ganz ehrlich. Ich würde vielleicht hier ein Türmchen platzieren. Weißt du? Hier so. Ein bisschen Feuer. Wer weiß. Und dann würde ich mit denen einfach frontal drauf zustürmen. Und es beenden. Seht. Unsere Verstärkung ist auf dem Feld. Unsere Verstärkung kommt. Der N.Y. Wir werden die jetzt sowas von derartig fertig machen. Lass sie nicht mehr wissen was los ist. Da ist meine Armee. Die Verstärkte. Wollen wir nicht vollständig da? Wir erobern die Türmchen. Was tun sie denn? Guck sie dir an. Ich stelle mir meine Armee da hinten auf. Das ist sehr lächerlich. Ray. Denkenner. Zau Zau gehst auf den. Und du gehst auch auf den. So. Machen wir die hier mal fertig. Das sollte ganz gut funktionieren. Und währenddessen kann ich meine Truppen hier noch ein bisschen sammeln. Die dürfen entspannen. Und die hier platzieren wir allesamt hier. Das ist eine frische Armee. Die sind ready. Das werdet ihr nicht. Die sind absolut am Arsch. Die können nichts mehr machen. Die können nichts mehr machen. Es ist einfach vorbei. Der kann jetzt schon aufgeben. Verstehe ich nicht, warum er sich nicht zurückzieht. Er wird sterben. Wo ist er hin? Er ist verschwunden. Es geht wie sie rennen. Feige. Wieso ist er verschwunden? Ich sehe ihn nicht mehr. So die Armee von dort unten marschiert. Das wird ihnen aber absolut nichts bringen. So das ist geschafft. Da kommen jetzt die letzten noch nieder. Und damit ziehen wir uns die Truppen dann auch noch hier hin. Diese Einheiten kombinieren wir mit diesen. Und diesen. Und machen daraus eine super Armee. Die nichts und niemand mehr aufhalten kann. Lauft Männer. Lauft. Formiert euch. Erbärmlich. Oder haben wir Gongsun-Zang getötet? Glaube ich aber nicht. Das Ding ist ja, selbst wenn man einen Charakter tötet, kann es ja sein, dass er überlebt. Das ist ja notiert, entschieden. Finde ich aber auch gut so. So wir sammeln erstmal. Ich meine, die kommen eh auf uns zu da hinten. Boah, da muss ich ja scrollen wie ein Weltmeister, ne? Nevermind. Ich lasse es mal lieber. Das ist der Nachteil an der Map, die so einen Berg in der Mitte hat. Aber wieder auch cool, dass es so dynamisch erstellt ist. Direkt aus der Weltkarte. Da stehen 4.000 Mann und das, was da hinten kommt, sind maximal 1.000. Kannst mir doch nicht erzählen, dass die da freiwillig angreifen. Und die sind auch noch alle angeschlagen und erschöpft von der Schlacht, die sie gerade erst hinter sich haben. Ich habe hier teilweise neue Truppen, die absolut frisch sind und bereit. Ich glaube mal ein bisschen vorspulen. Zeitraffer. So, Schützen teilen wir vielleicht doch noch ein bisschen auf. Ja, und jetzt ist es eigentlich vorbei. Ich meine, 4 generelle an der Front. Guck dir das an. 2 hinten. Zau, zau und zau, renn. Ich spule immer noch vor. Wir zünden gleich das Feuer an, wenn sie da sind. Wir schießen Pfeile zurück. Wir schießen Pfeile hin. Ja, guck mal an. Nichts machen die. Gar nichts. Gar nichts machen die. Versuchen, hier mein Türmchen zu erobern. Good luck dabei. Würde ich mal sagen. Feuer eröffnen auf der... Feuer-Öl-Pünktchen. Die laufen. Oh, nö, die laufen dahin. Ja, dann lass es. Dann lass es. Stopp. Ich hätte gedacht, die... Weißt du? Dann mach du das. Du bist schneller. Zünd es an. Ich versuche ran zu zoomen, so gut es geht. Und jetzt raus, 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 damit du mir nicht abbrennst. Damit haben wir den Feind nochmal massiv geschwächt. Ja, und dann heißt es eigentlich nur noch... Der Quiesca dem Pache. Jetzt kommt die Kavallerie. Bewegung! Die laufen auch schön durchs Feuer. Also mein Plan geht auf. Wir machen hier einen Sperrweil. Wird ihnen aber nix bringen. Drogen schützen haben wir. Da brennen sie nieder. Ihre Einheit flieht! Feiglinge! Und jetzt alle. Oder? Das Feuer noch kurz abwarten. Dauert nur einen Moment. Ich mein, ich hab hier so viel Kavallerie. Da machen die gar nichts mehr. Die fliehen einfach nur. Das ist geschafft. Wir sind sie gleich. Das ist geschafft. Ein entscheidender Sieg. Und die Rache ist mein. Wir haben sie alle niedergemetzelt. Und ich mein, selbst diese Kavallerieeinheit ist stärker als das, was sie uns da entgegenstellen wollten. So leiden sie. Jetzt bin ich gespannt, wen wir gefangen genommen haben. Wen wir getötet haben. Einheiten sind jetzt auf jeden Fall quasi keine mehr übrig. Okay, kurz warten. Oh ja. Ausgeschaltet. Meine Strategie war unübertroffen. Wir erhalten sehr viel Geld. Wir haben ihn erhalten oder Schützung. Er ist verwundet. Er lebt aber auch noch. Er ist tot. Ihm geht's auch noch gut, ist aber auch verwundet. Und die drei sind auch schwer verwundet. Armee nicht mehr existent. Und ich werde Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wieso mag Zao Zao denn Xiao Dun jetzt nicht mehr? Und Xiao... Nein. Was haben die getan? Wieso mögen die Zao Zao nicht mehr? Ich krieg so zu viel. Die ich sowas hasse. Gibt's da einen Mod für? Wir verlangen erstmal Lösegeld. Ist okay, ihr dürft gehen. Lasst sie gehen. Sie sind unwichtig. Durch die kürzlich erlittene Belagerung sind die Gebäude an diesem Ort noch immer beschädigt und müssen repariert werden, bevor sie wieder verwendet werden können. Auf dem Marsch! Bleibt aufrichtig! Was wir alles haben? Steinratte. Erhaltene Eigenschaften friedlich. Die höchste Kunst des Krieges ist es, einen Feind ohne Kampf zu unterwerfen. Stellt sich gegen den Krieg. Ich krieg mich nicht mehr ein. Wie krieg ich eine bessere öffentliche Ordnung? Du kannst eine Armee in der Stadt haben. Du kannst den Leuten die Steuer verringern. Hier oben bei Schatzkammer kannst du die Steuer einstellen. Das kannst du machen. Du kannst aber auch verschiedene Gebäude bauen. Da steht ja immer dabei, was sie bringen. Da steht dann zum Beispiel dabei irgendwie so plus öffentliche Ordnung. Wenn du Steuern verlangst und Steuergebäude, dann ist es natürlich Minus. Und so läuft es dann. Es gibt auch Events, die dir der Bonus geben. Boah, ist das gerade nervig, ne? Das ärgert mich ein bisschen. Wieso ist er denn jetzt friedlich geworden? Man wird doch nicht plötzlich friedlich, wenn man Menschen abschlachtet. So, ja, hm. Jetzt plötzlich so fühle ich mich irgendwie nicht mehr mit dem Krieg verbunden. Ich würde doch kein Kaiser werden. Ist in Ordnung. Wir lassen alle leben. Wir machen das ohne Krieg. Das kannst du doch nicht machen. Oh Mann, ey. Na gut. Ich glaube, ich mache an der Stelle trotzdem mal einen kleinen Cut von Total War und würde mal kurz schauen, aus Interesse, ob es eine Mod gibt. Ich alleine besitze den Weitweg Weil, ganz ehrlich, jetzt hassen die sich halt und das finde ich halt, das waren Best Friends und jetzt hassen die sich. Ich guck mal. Mich interessiert es, ob es was gibt, ob wir es da nutzen. Das ist die andere Sache. Gespeichert hat er. Laden. Gespeichert hat er natürlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Tschö, tschö.